Heute ist die Premiere für Axel und Christian 2021-2022, die Winterschlammparade. Letzte Woche haben wir verpasst, aber heute holen wir das nach und legen ein bisschen was vor und danach müssen wir auch wieder nach Hahn. Also genau, back to the roots, back to the beginning, the friendship. Musik 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.